So, hier lang, hier lang, boah, ich muss irgendwie nur darüber hoch, jetzt sagt mir bitte nicht, dass ich da durch muss. Okay, was gibt es hier? Hier sieht es aus, als gäbe es was. Wow, alter. Alter, gibt es doch echt nicht. Okay, speichern und ups. So, dann hier. Ach komm, ich rieche doch was, da gibt es doch was ganz besonderes. Hopp, und? Bless Ender, wenn, ah, die potenziell, au, gefährlichen Fische. Aha. Verdammt, ich muss doch nur hoch. Alter. Boah, jetzt muss ich doch nicht. Alter, bleib mir weg. Oh Gott, hey. Der Freitag fängt ja echt schon mal super an. Ich komme jetzt so gar nichts. Muss ich doch hier durch? Werd ich gleich sehen. Ähm. Gut. Crack-Cola. Ja, ja. Ah, hier haben wir die Straße. Ah, finally. So. Boah, bitte keine Polizisten. Hi. Hi there. Kann jemand helfen? Hm, ich habe einen Art von brennenden, schmerzenden, schmerzenden Effekt. Hm, könntest du deine Kante runter und lass mich mal schauen? Hallo. Hi there. Wie kann ich dir helfen? Hm, ich habe einen Art von brennenden, schmerzenden, schmerzenden Effekt. Hm, könntest du deine Kante runter und lass mich mal schauen? Jo, würde ich ja gern, aber, hm. Tja, dafür ist das Gerät hier da. Ja, 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 ja. So, fuck. Oh, fuck. Ah. Ah. UGH. Ouh, Mami. Ah. Ah. Good God, that is disgusting. Thanks for the urine. So und Medizin. So. Was? 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 Wunderbar. Ich kann wieder nochmal ein Klauschiff machen. Oh. Hier gab es also die Medi-Kids. Oh, verdammt. Ja, bin du ruhig die Schuhe. Ich verschwinde jetzt hier. So, dann würde ich mal sagen... Wohin muss ich? Okay. Alles klar. So. Dann rechts. Factory in Junkyard. Genau dahin muss ich. So. Mann, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach, egal. Ach ja, genau. Was war das jetzt? Dieses Gummern. Das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Irgendwas mit Prostata-Problemen? Oder war das eine Blasenentzündung? Halt, hier muss ich lang. Oh. Ja, die Fabrik, die ist hinüber. Und wie die hinüber ist, ich glaube, da können wir gar nichts mehr machen. Oh, okay, die... So. Dann gehen wir jetzt auf den Schrottplatz. Mike... Mike's... Äh... Was? Veggie is for Junkyard. You fuck. Ballshit poo. Ach, herrlich. So. Zupi, was es hier alles gibt. Oh, Katze. Super. Ach, Larry, wie crap. Ah, hier. Hi. Hi there. Hey Chico, I need an Alternator for an 87. Da fuck you. That'll be 500 bucks. Oha, 500 bucks. Alright, I don't have it right here. It's way in the back. Follow me. Alter, gut, dass wir auf der Bank waren. 500 Dollar für einen Alternator. Alternator, muss ich mal nachschauen. Weiß ich jetzt auch nicht mehr den Begriff. Also, es ist verdammt lange her, dass ich Englisch hatte. Liegt auch schon acht Jahre zurück. Neun Jahre. Wunderbar. Next. Alter, was ist mit den Hunden los? Nicht da mit den Ködern, hey. Was ist auf einmal Indy gefahren? Alter Schwede. Wachhunde, oder was? Aber warum so aggressiv auf einmal? Okay, jetzt war ich das mit der Köder. Ich will hier raus. Oh, shit. Ich fühle mich nicht so gut. Ah, das ist... Ich muss noch mehr von diesem guten Sachen finden. Gut. Bitte keine Hunde mehr. Okay, falscher Weg. Zurück zur Start. Ja, dein Herz rast ja auch wieder. Speichern. Alter, weg. Da geh ich nicht rein, weil das Säure. dass du... Oh Gott. Ja. Das Säure. Ihr süßab justmen. Band istなんか habe in ridge Parametern DC. Ja, ist aufgefallen.